Ich bin jetzt auf dem Weg zum Glen Wiesen Brunch, sozusagen das Kick-Off Event zum Oktoberfest, was ja gleich starten wird. Und wir hoffen mal, dass wir ein paar bekannte Gesichter sehen. Viele Blogger sind eingeladen, auch YouTuber. Wir schauen einfach mal rein. Ja, hier neben mir ist auch schon die Sabine von Alpini. Ja, hallo, grüß dich, dass du heute auch hier bist. Ja, Wiesen, Glam Brunch. Na klar, logisch. Die gibt's auch auf YouTube, gell? Ja, auf dem Kanal Alpini. Da gibt's interessante Sachen aus München, über Dirndl, was mir so fällt. Und halt mal von einer Frau, die bisschen älter als 24 ist. Ich verlinke euch mal die Alpini drunter. Ja, schauen wir mal rein, oder? Ja, machen wir. Ja, ich habe jetzt die Dagmar getroffen, die Veranstalterin. Und ihr veranstaltet wie oft schon im Glen Wiesen Brunch? Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir den Glen Wiesen Brunch veranstalten. Das wird jetzt aber eine jährliche Veranstaltung werden. Und wie jedes Jahr haben wir internationale Blogger, Vlogger eingeladen und unser nationales Partnernetzwerk und natürlich auch unsere internationalen Redaktionen. Ihr seid auch bei YouTube, gell? Wir sind auch bei YouTube unter Glam Deutschland zu finden. Ich verlinke euch hier unten in der Infobox mit rein. Wird uns freuen. Leckerer Perlgraupensalat. Ich muss das nehmen, passt besser zum Dippen. Schön, dass ihr da wart. Goodie back. Mit Namen. Mit Namen. Glam Wiesen Brunch 2015. Wir ziehen jetzt weiter und sagen auch noch kurz der Dagmar Tschüss. Tschüss Dagmar. Tschüss Markus. Tschau. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt. Boot. Vielen Dank.